Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Lernvideo von Netzwerb. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs anhören. Schaut und hört euch die Formen genau an und sprecht sie nach. Wir beginnen mit den Stammformen. Hörte an. Hörte an. Hat angehört. Kommen wir nun zu den einzelnen Zeitformen. Den Beginn macht das Präsenz. Ich höre an. Du hörst an. Er hört an. Wir hören an. Ihr hört an. Sie hören an. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hörte an. Du hörtest an. Er hörte an. Wir hörten an. Ihr hörtet an. Sie hörten an. Ihr könnt übrigens auch die Links in der Videobeschreibung nutzen. So könnt ihr schnell zu den gewünschten Formen springen. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe angehört. Du hast angehört. Du hast angehört. Er hat angehört. Wir haben angehört. Ihr habt angehört. Sie haben angehört. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich höre an. Du hörest an. Er höre an. Wir hören an. Er höret an. Sie hören an. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hörte an. Du hörtest an. Er hörte an. Wir hörten an. Ihr hörtet an. Sie hörten an. Den Schluss macht der Imperativ. Höre an du. Hören an wir. Hört an ihr. Hören an sie. Das war unser kleines Lernvideo zum Verb anhören. Hat es euch gefallen? Dann gebt uns einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Schauen und bis bald.